Voll gut an. Hab wenigstens Killhilfe gekriegt. Ich geh jetzt mal wieder als Operator rein hier. Warum will ich denn als Ding rein? Oh, ich kauf mir die P90. Die muss ja abgeben. Sau, ey. War mal geil. Battlefield 3 war die ganze Zeit. So, ich... Fahr mal das mal, ja. Moment! Scheiße! Wuhuu! Ja, krass! Äh... Wie schwer, ne? Ich bin ziemlich tief, ne? Ich bin ziemlich tief, echt. Weil ich hab mehr Schaden. Au! Ey! War der Heli. Ja, ich hab's überlebt. Jetzt hat er mich ja auch. Der Fixer, ey. Ernsthaft? Scheiße, Space Raper, ey. Ja, haben wir doch irgendeine... Ich geh zu Echo. Boah, der ist auch tot. Jetzt machen wir mal B. Au! Oh! Ey! Gespawnt tot! Was hat mich erwischt? Ein Sniper. Wo sitzt denn der? Äh, hinter so einem Holzzaun oberhalb von diesem Diner. Aber ich weiß nicht, welche Richtung das war. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Kannst bei mir spawnen. Au, oder nicht? Vorsicht, ich geh! Was schießt das hier an, da? Kommt alle von Echo, ey. War das auch ein Auto? Lebst du noch? Ja, ja. Ich bin im Innenhof. Da haben wir eingegangen. Alter! Boah! Scheiße, Sprengfalle. Hab ich auch vorher noch gesehen und durchgelaufen. Ich geh jetzt schon mal zu Echo. Boah, da ist er! Boah, ein P90. Geil, ey. Hammer. Schieß so schnell. Ist du tot? Ja, ja. In dem Diner war einer. Nee, da kommt einer rein. Hab ich. Boah, ist die P90. Geil. Und jetzt mal ein bisschen Medic. Nice. Oh, irgendwas schießt da. Guck mal. Echo nehmen. Da ist einer. Boah, ist die geil. Geil, geht der, geht der, geht der, geht der. Da ist einer rein. Hab ich. Hast du den? Ja. Kommt noch einer. Fuck, Pumpgun, der ist nicht tot. Der Headshot mit der Pumpgun, ey. Drecksack. Was ist denn los? Kriegen wir Echo nicht geschüttet? Boah, das war hier lang. Ich glaub, jetzt steigen wir lieber hier aus, ne? Geil zu Fuß, Leute. Oh ja, guck, da werden sie schnell abgemäht. Oh, hinter uns. Oh, fuck, ey. Ja, der hat mich schon wieder mit Headshot. Sechsmal gestorben und fünfmal mit Headshot. Na ja, scheiß Sniper. Kannst bei mir spawnen. Ich versuch mal Echo anzunehmen. Ich warte auf dich. Ist mir zu schnell alles. Ja. Boah, scheiß, aber die, das sind eine. Hast du ihn gesehen? Oh. Boah, da kommt noch einer rein. Hab ich abwischt. Ich hab Juschi abwischt. Ja. Ja. Willst du noch um Leben? Ja. Komm gleich. Wir sind da. Haben wir jetzt Echo? Links kommt einer rum. Ich geh mal zur Echo rein. Da vorne ist einer irgendwo. Na ja. Oh Gott. Ich verloren. Fünf, vier, so auch nicht. Eins, sechs. First Aid Coin, yeah. Divisions Upgrades. Oh Gott. Nur zwei Plätze hinter dir. Drei. Jaaaa. Neue Waffe gekauft. Werden wir einschicken. Was kannst du... Wenn du einen 16 kaufen kannst, dann ist alles gut. Die ist geil. Die 36. Das ist nicht so mein Fall. Das schießt ziemlich ungenau. Äh. Mach ich mir mal so'n Polizei Interceptor. Ich hab so wein geschlafen schon jetzt vorhin. Ich auch. Uh. Ist doch irgendwo drin. Ich bin im Heli. Warte. 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 Weiter. Wie quizther runter heavenly. Woah. Teflog. Und danner über die Scheiße Cole beginnen. Vallegraben da Bereich. Und die PIA Fired. Ich bin Baseball-Trad priviert. Und für die HI Sånail, brauchst du die kein Mediester. partir und dann nicht mal drauf. Was er dazu? Braco riesig zu sehen wir sitzen schon alle hier auf Alpha also wir haben Alpha wieder alter Scheiß der Scheiß Sniper hier versuch kannst du gerne bei mir spawnen ja ich komm versuch gerade Alpha da oben lauf hinterm Hügel rechts oh man was hat denn der geschossen? Zyger Zyger? ja zwei Schuss war ich weg alter der hatte Sniper und ich hab ne MP5 was soll ich machen oh halt mich ich bin da was steht denn da mit dem Punkt machst oh jetzt kam einer von hinten wir kriegen auch kein Support hier ich springe aus dem Heli die schießen alle auf dem Heli gerade die schießen alle auf dem Heli gerade achso das ist wieder eine Klasse als Bulle ey super dann spiel ich doch lieber Heli ist runter dann spiel ich doch lieber Operator ja Heli ist down da kann man dann spawnen ey ist schon wieder kackt alles weg hier ich nehme mal diesen mobilen Kommandoposten das hat halt schon viel ich wollte dich ich bin mit drin ja da kann man nämlich drauf spawnen wenn man den irgendwo hinstellt kann man da da kann ich aber nicht rausschießen ne 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 musst du erstmal hinfahren andere Muckern auf G kann man nämlich wieder wechseln das ist doch geil so Alter wir werden scheiße zu sehen das sehen wir unten stehen wir können wegen welche nachspawnen ich habe einen down ich habe einen down vorsichter irgendwo knacken ne ich habe die ganze knicken wieder so ein kack Team ey das macht doch jetzt nur unser Heli na ich frag ja auch nicht so viel dazu bei super bro unser Heli schön geschrottet da na gut dass ich einen Kommandotrack hengestellt habe so so jetzt kann man da jetzt spawnen das ist doch ein Heli verkriechen Alter noch keiner vorsicht shit das ist einfach ja direkt am spawnen toll ey hast du den? ne hier ist aber noch ein anderer ne hier ist aber noch ein anderer ich rolle ey fuck jetzt fährt er mit dem Wagen da weiter ey wir müssen doch da stehen ey da da ist noch einer hinter Alter das kannst du ja das ist denn das das ist denn das Level 86 bei ner Beta ey da ist ja nur gespielt ey alle tot steht er hier unten ja der der macht mit der Granate versucht er da um oder die stehen alle drumrum ne aber ein aber ein das ist aber an ey da ist noch einer da ist noch einer alle gepottet alle sind blöd dafür alter Alter ich oh Gott irgendwie kriegt er das aber nicht so hin wie mit dem schnell laufen ey manchmal macht das manchmal nicht das ist komisch fährst du den gerade weg hier oder wärs das nicht? nein gut das ist noch sterbiger ich bin noch mal ein Heli du so ein dreckiges Team hier ey jetzt der Spawnwagen weg oh nimm doch mal was ein verdammte Scheiße ey ich kann doch nicht nicken ich geh mal in Delta und was ist noch da wir müssen A nehmen weil das aufm Hügel ist wir checken es alle nicht Du wirst doch immer von Müll abgefahren. Ich bin scoffy da. Versuch's nochmal bei Alpha. Ich lauf da auch grad hinten über Beta. Ziemlich halt angeschlossen. Oh, das ist ein dreckiger Sniper. Wir sitzen alle auf dem scheiß Krügel und Campen da. Jetzt wird Delta noch eingenommen. Da stehen 5 Leute um Delta und sind trotzdem eingenommen. Das ist doch die Kotze. Na leid. Alter, wie die schon hier hin rein sind. Einen hab ich. Boah, den hab ich hart angeschossen. Olli, die müsste es kriegen. Da ist er. Der liegt da noch hinter dem Busch. Wo war der? Da sind zwei hintereinander. Hinter dem Stein. Ja. Alter. Alter. Ich hab den einen nur hart angeschossen. Aber der hat auch überlebt. Komm, jetzt halten wir mal. Oh, die sind schon hier. Ich fahre jetzt mal hin. Dicken Tankluster hier. Wo ist der? Wo ist der? Der ist mit einem Stein da vorne, du Pussy, ey. Ja, erwischt mit der Name. Ja, nein. Oh, ich hab keine Muni mehr. Alter, wie viel Sniper haben die denn? Da sitzen alle auch da. Alter. Man! Oh, das ist so tausend Meter. Ja, ich hee das. Einen noch mal der Pistole weg gab. Keine Muni mehr gab. Das ist doch lächerlich. Echt mal, ey. Ich bin zum Kotzen, ey. Jetzt stell den da unten irgendwo ab. Und fällt den dann hinten dazu. Oh, meine Pistole. Hey, schieß mir alles ab, hier. Oh, du kommst da nicht ran, ey. Oh, ist der Heli-Futter, 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 ey. Doh. Is der Heli-Futter. Fuck. Oh, hinter mir. Oh, wo ist er. Mann! Hast du im Hilfen der Heli, der du hier, der du? Ach, der Heli. Auf dem Dach steht der irgendwo. Da, über der Brücke. Lande von an Alpha schießen die auch alle runter. kratzendoras und dieser scheiß genau bei denen ausgestiegen super ganz in den Hubschrauber 1 zu 3, 14 1 doch er ist da und scheiße steigt jetzt ja aus ich hab ein heli runter geholt ja